Die Black Weeks sind im vollen Gange und das hier sind unsere Top 5. Die Top 5, die am beliebtesten sind und die auch wir am besten finden. Es sind unglaubliche Produkte zu unglaublichen Preisen. Das hat ja eine Black Week in sich. Und die Produktauswahl ist wirklich hervorragend. Hier ist was für jeder Mann, für jede Frau und vor allem auch für jeden Geschmack. Ich will sie gar nicht lange auf die Folter spannen, weil die Preise sind einfach so, dass man wirklich gar nicht Nein sagen möchte. Daher sagt man einfach hier, schlage ich zu und deswegen schlage ich jetzt, hier kommt Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 ist eine sprechende Uhr. Und ja, Sie haben richtig gehört, diese Uhr spricht. Hier haben wir zwei wunderschöne Ausführungen. Wir haben einmal die Farbe Silber und dann kommen wir auch noch zu Gold. Aber das sind einfach Uhren, das sind wirklich wahrhaftige Hingucker mit der tollen Extra-Funktion. Ja, also allein schon die Uhr selber. Ich meine, die sieht so klasse aus. Beide sehen toll aus. Die sind echt versilbert und echt vergoldet. Sie sehen, wie die hier funkeln bei uns. Und das bleibt auch so, weil die halt echt versilbert, vergoldet sind. Sie sehen, wir haben einen schönen Korpus dabei auch noch. Ich würde sagen, die sind sogar Unisex. Also kann man sowohl als Mann als auch Frau tragen. Und gerade so, wir als Männer haben ja nicht so viele Möglichkeiten, Schmuck zu tragen, sage ich mal. Da bietet sich so eine Uhr natürlich immer an, weil man da auch ein bisschen variieren kann. Unser Kollege Ralf hat, glaube ich, 30 oder 40 verschiedene Uhren. Unglaublich viele Uhren hat Ralf, ja. Ich selber habe drei oder vier. Aber sowas ist natürlich eine Addition zu jeder Sammlung nochmal dazu. So eine schicke, schöne Uhr hier in versilbert als erstes natürlich. Das ist sogar eine Funkuhr. Das heißt, Sie müssen sich nicht mal darum kümmern, die Uhrzeit immer genau einzustellen. Die holt sich das Signal ganz automatisch. Wir haben ein kratzfestes Glas, finde ich auch immer ganz wichtig, dass die also auch immer so schön funkelnd bleibt und das Glas nicht zerkratzt wird. Und wie gesagt, es ist ein echtes Schmuckstück mit dem gewissen Extra, was wir Ihnen auch gleich noch vorführen werden. Es ist eine ganz besondere Uhr, muss man einfach sagen. Es ist wirklich eine ganz besondere Uhr. Einmal finde ich sie optisch unglaublich schick. Gerade in Silber auch hier mit dem Armband, was auch keinen Verschluss hat. Das finde ich super praktisch, weil es dann für jedes Handgelenk adjustierbar ist. Es ist für an schmalen Handgelenken tragbar, zum Beispiel an meinem. Ich hatte die Uhr auch schon an, aber auch Ingo, der etwas größere Handgelenke als ich hat, kann diese Uhr problemlos tragen, weil wir haben hier keinen Verschluss, den man dann an das Handgelenk anpassen muss, sondern wir haben einen Verschluss, der dehnbar ist. Sie sieht in Silber unglaublich schön aus. Und die Extra-Funktion hier ist die Sprachfunktion. Man kennt das ja, oder ich kenne es noch nicht. Ich bin einfach noch sehr, sehr, sehr jung. Aber zum Beispiel meine Eltern sind auch schon ein Stückchen älter als ich. Und da ist dann einfach so der Blick in die Ferne, ist noch alles relativ scharf. Aber alles, was so ganz nah dran ist, ist dann vielleicht etwas verschwommen. Und da kann man auch gar nichts für. Aber man kann sich da so ein bisschen helfen, dass man nicht immer so auf die Uhr guckt und den Arm immer so nach vorne und hinten bewegt, damit sich die Augen irgendwie, sag ich mal, anpassen und fokussieren. Nein, man kann bei dieser Uhr einfach auf einen Knopf drücken und dann sagt mir die Uhr, wie spät es ist. Und das ist doch einfach Luxus. Und vor allem ist es Komfort, weil ich muss mich nicht irgendwie abmühen, dass meine Augen die Uhrzeit anfokussieren. Wenn ich jetzt nochmal genau jetzt in dieser Sekunde wissen möchte, wie spät es ist, dann drücke ich einfach auf die Uhr und die sagt mir dann, ah, es ist 20 Uhr sechs. Die Uhrzeit ist 20 Uhr vier. 20 Uhr vier. Ja, das ist doch klasse, oder? Exakt. Also nicht nur dafür, ich finde es auch bequem. Weißt du, wenn du abends im Bett liegst, willst du nicht erst dein Handy anschalten und die Augen aufmachen vor allem, sondern kannst einfach die Augen zulassen, drückst hier drauf und dann weißt du, ah, es ist jetzt erst halb sieben, ich kann noch eine Viertelstunde im Bett liegen bleiben. Ich finde das klasse und die Optik ist unglaublich. Ja, und auch hier unser TV-Sonderpreis von 24,99 Euro, normalerweise 50 Euro. Und das ist für eine versilberte Uhr schon ein unglaublich klasse Preis. Aber es ist nun mal hier Black Weeks 2024 und deswegen der TV-Sonderpreis von nur 24,99 Euro. Ist auch ein richtig tolles Geschenk für die Liebsten, wenn man weiß, die Sehkraft hat etwas abgenommen. Das ist ja wirklich nicht schlimm. Da kann man einfach mal eine Uhr verschenken, die dann im Handumdrehen die Uhrzeit ansagt. Die Bestellnehmer für unsere silberne Variante ist die ZX 7443 und die 569. Aber alles ist ja immer Geschmackssache. Die einen mögen Silber mehr, die anderen mögen Gold mehr. Und dementsprechend haben wir das gleiche Modell nochmal in Gold. Die Funktionen sind exakt die gleichen. Hier ist der einzige Unterschied die Farbe. Und hier das Gold ist wirklich so schön. Das macht richtig was her. Sieht zum Beispiel gerade an Dianas karamellfarbenen Pullover richtig elegant aus. Dankeschön. Aber ich glaube bei diesem Preis, wir müssen hier gar nichts auswählen. Ich glaube, Sie können auch zwei Stück kaufen, weil das passiert immer, dass zum anderen Outfit passen mehr silberne Variante, zum anderen goldene. Wir haben einen super Preis heute bei unserem Black Week und ich bin wirklich begeistert. Ich kenne das. Ich weiß, dass meine Oma zum Beispiel, sie hasse diese Anschlüsse. Sie weiß immer nicht, wie kann sie das alles auföffnen oder schließen. Aber hier, das geht alles sehr, sehr leicht. Und natürlich diese Sprechfunktion finde ich sehr, sehr gut. Also ich bin wirklich begeistert. Und sogar bei unseren Preisen, 50 Euro Preis bei Pearl.de, heute sie sparen wirklich viel Geld. Und das sieht einfach fantastisch aus. Sehr, sehr elegant. Du bist auch eher Gold, ne? Ich bin beides. Aber zu deinem Outfit jetzt? Ich glaube Gold, ich würde nehmen. Und für dich heute Silber. Ja, aber es sieht wirklich sehr klassisch aus. Das ist auch wirklich, wie zu jedem Outfit passen. Ich bin begeistert. Ja, schauen Sie sich das mal an. Ich habe dir jetzt die Silberne mal angelegt bei mir. Sieht wirklich klasse aus. Die kann man mal unterm Hemd tragen, weil die eben auch noch flach genug ist. Ja. Wie gesagt, unisex für beide. Suchen Sie sich das Modell aus oder bestellen Sie am besten beide. Ja. Geht ja hier bei unserem Black Week Sale Preis. Hier 24,99 Euro auch für die goldene Variante mit der Bestellnummer ZX 7444 und der 569. Und Sie sehen das gerade, wie schick diese Uhr aussieht. Gold oder Silber, ganz egal. Es sind beides unglaublich schöne Ausführungen. Und für mich ist hier wirklich diese Sprachfunktion, das Nonplusultra. Man muss die Sprachfunktion ja gar nicht verwenden, wenn man sie nicht braucht. Aber man hat sie. Und es ist dennoch eine schöne Uhr. Es ist keine Uhr, die danach aussieht, als könnte sie mir die Zeit verraten. Und das ist einfach das Tolle, dass sie so schick aussieht, aber noch diese Zusatzfunktion hat. Und das war unser Platz Nummer 5. Jetzt kommt Platz Nummer 4. Platz Nummer 4 ist unser faltbares Infrarot-Heizpanel. Und das ist wirklich ein richtig gelungener Platz Nummer 4. Ich hätte es persönlich auf Platz 1 genommen, weil es ist ein faltbarer Heizkörper. Es ist ein faltbarer Heizkörper, den man ganz einfach mitnehmen kann. Der wiegt so gut 2, 2,5 Kilo. Das kann man also wirklich überall mitnehmen. Ganz klein zusammenfaltbar. Und Sie sehen schon, wir haben es hier sogar als Weihnachtsgeschenk schon mal vorbereitet für Sie. Was ist das? Das ist eine Infrarot-Heizwand, müssen Sie sich vorstellen. Die stellt man ganz einfach vor seine Knie, vor seine Beine, vor seine Füße, auf dem Schreibtisch, überall, wo einem kalt ist. Und dann steckt der hier tatsächlich Infrarot-Wärme. Ich zeige Ihnen mal, wie das bei uns in der Maske aussieht. So, wir haben die bei uns in der Maske stehen. Auch wirklich alle Mädels haben die. Und dann sitzen wir schön in der Maske. So, und die ist einfach vor unseren Beinen und wärmt uns richtig schön die Füße und die Beine. Und man kann sich die richtig so schön hier falten, wie man das möchte. Wir haben die in der Regel wirklich so, dass wir einfach so eine umschlossene Wärme haben von den Beinen. Also Sie sehen, es ist wirklich eine perfekte Infrarot-Heiz, also ein perfektes Infrarot-Heiz-Panel für zum Beispiel das Büro, für den Schreibtisch oder wenn man allgemein im Job viel sitzt. Aber sie würde natürlich auch die Beinchen wärmen, wenn ich jetzt stehen würde. Dann würde sie genauso meine Füße und meine Schienbeine wärmen. Also auch für Menschen, die im Stehen arbeiten. Es ist egal wie, aber es ist hier wirklich ein unglaublicher Preis. Und ich sag Ihnen mal was, wir Mädels möchten die auch nicht mehr abgehen. Wir möchten die nicht mehr missen. Es ist ein Produkt geworden, was zu uns gehört. Ja, eben, weil es auch so mobil ist. Und dann eben diese Infrarot-Wärme ist diese Tiefenwärme. Das sind Infrarot-Strahlen, die gehen sofort durch und durch. Man wird sofort gewärmt. Anders als jetzt bei einem Heizlüfter zum Beispiel. Heizlüfter, der macht Lärm. Es dauert immer eine ganze Weile, bis man dann aufgewärmt ist. Diese Tiefenwärme geht von Anfang an durch und durch. Sie können hier die Temperatur natürlich auch noch einstellen. Und jetzt ist man ja bei so Heizsachen immer ein bisschen skeptisch, was den Strohverbrauch angeht. Aber auch hier braucht man sich überhaupt keine großen Gedanken zu machen. 315 Watt ist nicht viel. Und damit kann man sich dann sofort aufwärmen. Gerade an den Füßen und den Beinen. Mein Gott, wenn man jetzt so vom Weihnachtsmarkt kommt, vom Spaziergang draußen, ist alles so feucht und kalt. Hier ist alles richtig schön warm. Und zwar sofort. Das ist doch der Wahnsinn. Ja, und ich hoffe, dass wir kriegen das auch zurück in unseren Masken. Ja, wir müssen es ja euch aus den Händen reißen. Wir lieben das. Das ist wirklich schön. Und mir gefällt, dass wir haben dieses warmes Gefühl unten. Weil wir wissen, physikalisch geht dieses heißes Luft immer nach oben. Das bedeutet, dass wirklich für den ganzen Körper die Wärme wahrscheinlich auch, wenn Sie einfach die Zeit und Film gucken auf dem Couch, Sie können das nutzen. Für Haustiere, ich glaube, die würden auch irgendwo dort platzieren, ein Lieblingsplatz für Ihren Hund oder Katze. Wirklich begeistert. Und natürlich, heute haben wir schon wieder diesen besonderen Preis für uns. Für Sie bei Black Week, ich bin wirklich begeistert, aktuelles Produkt. Aktuelles Produkt, der reguläre Pearl.de-Preis, wir schauen auch gleich nachher mal drauf, ist fast doppelt so viel. Das heißt, Sie können sich jetzt zwei zum Preis von einem kaufen. Das muss man mal sehen hier mit diesem Infrarotheizpanel, was ich wirklich nur empfehlen kann. Wenn es ausgefaltet ist, ist es so 1,8 Meter mal 53 Zentimeter. Also wirklich eine stattliche Größe, die wirklich im Nu auch Wärme macht. Vielleicht auch Kinder. Ich habe es als Kind immer geliebt, auf dem Boden zu spielen. Aber das ist natürlich kalt. Und dann holt man sich schnell was weg, gerade als Kind. Hier ist für Wärme gesorgt. Also wirklich ein ganz fantastisches Produkt. Und das für nicht mal 40 Euro. Ja, und wenn man schon etwas länger geliebäugelt hat mit einem Infrarotheizpanel, dann ist hier wirklich der perfekte Moment. Und wir sehen das hier, was Ingo gerade schon gesagt hat. Normalerweise bei Pearl.de 77 Euro. Und bei uns hier 39,99 Euro TV-Sonderpreis in unserem Black Weeks Sale. Das ist wirklich ein klasse Preis. Und da muss ich Ihnen wirklich mal sagen, dieses Produkt wird Sie nicht mehr, dieses Produkt, das wollen Sie gar nicht mehr gehen lassen. Also es ist bei uns wirklich ein absolutes Must-Have in der Maske geworden. Die Bestellnummer hier ist die NX 48, 75 und die 569. Und was kommt nach Platz Nummer 4? Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 ist unser Infrarotraum-Schnellheizer. Und hier ist wirklich das Wort Schnellheizer-Programm, weil es ist einfach ein Schnellheizer. Sie können sich nicht vorstellen, wie schnell der Raum, in den Sie das Gerät stellen, auf Ihrer Wunschtemperatur, auf Ihrer Wunschtemperatur geheizt wurde. Ja, es ist auch wieder ein Infrarot-Wärmer hier. Und das ist ein Infrarot-Schnell-Wärmer. Der macht Ihren Raum hier bis zu 25 Quadratmeter im Nu warm, weil wir hier eben auch wieder keinen Heizlüfter haben, sondern hier die Infrarot-Strahlen rauskommen. Und das jetzt in richtig mächtiger Form. Also wie gesagt, du kannst hier ganze Räume machen. Wie gesagt, das mit den Beinen ist super für Beine, aber den hier können wir tatsächlich eben auch mal betreiben, um größere Räume damit warm zu machen. Und der Preis, schauen Sie sich mal den Preis an. Hier haben wir mehr als die Hälfte runtergenommen. Und hier tatsächlich nur 39,99 Euro. Irre, ne? Ja, mir gefällt auch, dass wir wirklich die Wärme sofort kriegen können. Jetzt zum Beispiel, ich glaube, kennt jeder, wenn Sie nach Hause kommen, dass es draußen einfach kalt regnet, Schnee. Aber Sie kommen nach Hause und Sie brauchen die Hitze gerade jetzt. Schnell. Und ich glaube, schnell, ja, natürlich. Und Sie kriegen sofort hier diese Wärme, diese Hitze bei unserem Raum. Schnellhitze. Ja, ich bin wirklich begeistert. Mir gefällt auch, wie das alles aussieht. Ja. Sieht ein bisschen wie, ich würde sagen, so ein altes Radio oder so. Weißt du, sowas von Retro-Stil. Also sehr, sehr schön. Und natürlich haben wir noch Fernbedienung hier. Ja, das ist ja auch das Praktische. Weißt du, du stellst den irgendwo in den Raum. Am besten natürlich so abends beim Fernsehen vor die Couch oder so. Und dann hast du mit der Fernbedienung hier die Möglichkeit, das ganz schnell warm zu machen. Wie gesagt, Räume bis zu 25 Quadratmeter. Der hat ein Thermostat drin. Da müssen Sie sich eben auch wegen dem Strom wieder nicht so viel Gedanken machen. Weil da stellen Sie einfach die Temperatur ein. Und wenn die Temperatur erreicht ist, dann hört er auf zu heizen. Timer-Funktion hat er auch noch. Gerade mal so beim Fernsehen abends. Da möchte man vielleicht nicht die ganze Nacht das heizen. Oder im Schlafzimmer ist natürlich auch ideal. Im Schlafzimmer. Stell dir das mal vor. Es ist sehr kalt im Schlafzimmer. Es macht aber auch keinen Sinn, da den ganzen Tag die Heizung laufen zu lassen. Einfach mal so ein paar Minuten, bevor man ins Bett geht, den anmachen. Timer stellen für zwei Stunden. Und dann den Pyjama anziehen. Und dann den Pyjama anziehen. Und dann ist es schön warm. Was gibt es Schöneres als Wärme in dieser kalten, nassen, ungemütlichen Zeit? Wir lieben alle den Schnee. Aber wenn wir dann raus müssen in den Schnee, sind wir nicht mehr so begeistert, weil es kalt und nass ist. Also, wir haben hier einen fantastischen TV-Sonderpreis. Der reguläre Preis liegt hier über 80 Euro. Schauen wir uns auch gleich mal an. Da sehen wir, wie viel Sie da heute sparen. 41 Euro. Weil Sie jetzt Pearl TV schauen bei uns im Black Weeks Sale. Der Black Weeks Sale ist ja unglaublich erfolgreich bei uns. Ja, definitiv. Und das zeigt einfach, dass diese Produkte wirklich auch beliebt sind, die wir hier zeigen. Und dass die Preise vor allem so beliebt sind, sehe ich genauso. Also, ich liebe Sparen. Wer liebt aber nicht Sparen? Aber wo kann man denn gerade noch sparen? Und dass hier wirklich auch unsere persönlichen Favoriten so reduziert sind, ist wirklich unglaublich. Weil es sind alles Produkte, die wirklich auch bei uns super immer in Gebrauch sind. Es sind sinnvolle Produkte, es sind sinnvolle Geschenke, aber vor allem es sind sinnvolle Produkte. Wir nähern uns der kalten Jahreszeit. Und das waren jetzt hier auch zwei Heizprodukte, die für mich einfach, sag ich mal, so ein Gamechanger sind. Man muss nicht immer die große Heizung anmachen. Man kann sich den Raum auch mal mit so einem Infrarotraumschnellheizer aufheizen. Und das ist, habe ich zu Anfang gesagt, das ist wirklich auch hier, also der Begriff Schnellheizer ist wirklich Programm. Weil es ist ein super Schnellheizer. Er ist unauffällig, er ist klein und vor allem ist der Preis klein. Mobil ist er auch noch. Mobil ist er auch noch, genau. Der Preis ist aber noch kleiner als unser Schnellheizer hier. 39,99 Euro. Sie haben gesehen, bei Pearl.de normalerweise das Doppelte. Und dementsprechend ist hier wirklich eine ganz klare Kaufempfehlung von uns. Die Bestellnummer ist die NX 1480 und die 569. Und das wäre zum Beispiel so ein perfektes Geschenk für die Frau oder für die Enkeltochter. Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich friere immer, also wirklich immer. Ja, ich auch. Und ich muss mir auch immer noch zusätzlich irgendwie so eine Wärmequelle zu Hause hinstellen. Also mir reicht nicht einfach nur die Heizung und so die, sag ich mal, wenn mein Raum jetzt so 21 Grad hat. Das reicht mir nicht. Ich brauche immer noch mal die Zusatzwärme. Also ein klasse Produkt. Und ja, jetzt kommen wir zum nächsten Platz. Hier kommt Platz Nummero zwei. Platz Nummer zwei ist unser Fensterputzroboter. Unser Hobot S6 Fensterputzroboter. Und ich sag Ihnen mal was. Dieses Gerät wird Ihre Fenster mit einem Glanz, wird Ihre Fenster zum Glänzen bringen. Das können Sie sich selber gar nicht erträumen. Und vor allem können Ihre Hände das sowieso nicht. Ja, das muss man wirklich mal sagen. Es ist ein ganz tolles Produkt. Ich habe einen Vorgänger von dem und wir möchten den nicht mehr missen. Es ist ein Roboter, der Ihre Fenster putzt. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist jetzt kein Einzelmännchen oder eine Roboterfigur. Das ist so ein quadratischer Fensterputzroboter, den Sie ganz einfach ans Fenster ransetzen. Sie drücken Start und dann fängt er an, Ihre Fenster richtig gründlich sauber zu machen. Das hier ist das aktuelle Spitzenmodell aus dem Hause Hobot. Hobot steht für Home Robotics. Das ist, die machen nichts anderes als so Haushaltsroboter. Klar, so ein Fenster, so ein Saugwischroboter kennen wir alle. Aber die machen eben auch Fensterputzroboter. Und das ist eine enorme Arbeitserleuchterung. Ich habe das Vor-Vorgänger-Modell zu Hause und wir haben das wirklich ständig im Einsatz. Was ist das normalerweise für eine, Entschuldigung, Drecksarbeit, Fenster zu putzen? Was ist das für ein Stress, wenn man sich das vornimmt und weiß, oh, Samstag sind wir wieder drei, vier Stunden dabei, Fenster zu putzen. Dieses Modell hier, den haben wir ja dieses Jahr bekommen. Und wir haben immer gedacht, Mensch, was kann man denn an diesen Fensterputzrobotern noch besser machen? Es ist Robert wirklich gelungen hiermit. Sie sehen das rechts und links, zwei verschiedene Pads, die über ihr Fenster rüber rubbeln. Die Vorgänger hatten einfach ein Bett und haben gewischt schon sehr gute Ergebnisse. Aber hier durch dieses Rubbeln geht es noch mal viel, viel effektiver. Da kann dann auch mal so ein festgetrockneter Vogelsheet drauf sein. Das macht dem überhaupt gar nichts. Und noch mal, Sie brauchen nicht mehr Fenster zu putzen. Sie brauchen nicht mehr in den Keller eine Leiter holen, in den Eimer mit Waschflüssigkeit machen, abziehen, trocken wischen und dann noch mal polieren. Du weißt es auch, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, Fenster noch mal zu polieren. Ja, und vor allem, wir haben ja auch hier mit diesen zwei Wischblättern 600 Wischbewegungen pro Minute. Also ich möchte wirklich mal eine Menschenseele sehen, die 600 Wischbewegungen pro Minute macht. Ich persönlich kann es nicht. Ich möchte es auch nicht, aber ich möchte meine Kräfte auch nicht dem Fensterputzen widmen. Ich möchte ja die Freizeit, die ich habe mit meiner Familie, mit meinen Freunden oder anderen Dingen verbringen, die wesentlich schöner sind als Fensterputzen. Weil Fensterputzen kann Spaß machen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe gerade acht Stunden übrig, Fenster zu putzen. Aber auch da, verspreche ich Ihnen, gibt es schönere Dinge. Und jetzt, wenn wir uns der Weihnachtszeit nähern, es regnet viel, es ist immer ein bisschen stürmisches Wetter. Die Fenster sind eigentlich immer schmutzig und Sie wollen bestimmt nicht alle drei Tage mit dem Lappen und dem Glasreiniger zum Fenster gehen. Und hiermit machen Sie es nicht einfach. Ich meine, das Geschirr räumen wir auch nicht mehr in die Spüle und waschen es per Hand in der Regel. Wir haben eine Geschirrspülmaschine. Unsere Wäsche waschen wir auch nicht mehr am Bach. Wir geben unsere Wäsche in die Waschmaschine. Und hier profitieren Sie wirklich von einer jahrelangen Expertise von Hobart. Und das ist wirklich der S6, ich nenne ihn immer Sport 6, S6 Pro Profi Fensterputzroboter. Weil es ist, als würden Sie sich ein Fensterputzunternehmen nach Hause holen. Und ein Fensterputzunternehmen für eine ganze Wohnung, ein ganzes Haus liegt bestimmt bei, sage ich mal, 200 bis 300 Euro. Und hier haben Sie gerade den TV-Sonderpreis 269 Euro. Und hier ist, das ist auch ein refurbished Fensterputzroboter. Das ist für Sie, da haben Sie keinen Nachteil. Dieser Fensterputzroboter hat einfach einen Weg mehr auf sich genommen. Der ist von A nach B und von B zurück nach A. Weil zum Beispiel eine Person im Haushalt gesagt hat, ich mache mal meinem Schatz eine Freude und kaufe einen Fensterputzroboter. Aber Schatz Nummer 2 hat auch gesagt, ich mache Schatz Nummer 1 eine Freude. Und dann sind zwei Fensterputzroboter da. Braucht man nicht. Einer reicht. Aber mindestens einen muss man haben. Und hier möchte ich Ihnen wirklich mal gleich den Vorteil zeigen, den Sie im Vergleich zu Pearl.de haben. Neu-Preis bei Pearl.de 370 Euro. Und hier bei uns das Refurbished-Modell 200 Euro. Genau, 269,99 Euro. Ist wirklich, das sind die Black Weeks 2024. Und dieser Hobart S6, ich werde Ihnen das wirklich versprechen, der wird Ihnen so viel Lebensqualität wiedergeben, weil Sie die Zeit... Lebensverändert, muss man wirklich sagen. Weil man hier eben wirklich nicht nur Fenster, der macht auch alle anderen glatten Flächen mehr. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen bei uns in der Sendung, wo wir den vorgeführt haben. Es ist einfach das Spitzenmodell von Hobart, was Ihnen Ihr Leben erleichtern wird. Ja, ich meine Fenster, Duschen, alles. Sie können ihn überall heransetzen. Die Bestellnummer ist die REF 7563 8.569. Und jetzt kommt Platz Nummer 1. Platz Nummer 1 ist hier unsere Power Station. Und das ist wirklich ein Alleskönner. Was aber vor allem hier ein Alleskönner ist, ist die Ersparnis, die Sie haben. Weil Sie sparen so unglaublich viel Geld hier. Es ist der Wahnsinn. Unter 1000 Euro für diesen Energiekoffer. Muss man wirklich so sagen, es ist ein Energiekoffer. Das heißt, es ist ein Behälter für Strom, den Sie sofort entnehmen können. Hier vorne an den beiden Steckdosen, an den USB-Steckplätzen. 12 Volt haben Sie Anschlüsse dran. Da können Sie wirklich alles dran anschließen, aber ohne Steckdose. Das ist tragbar hier. Das können Sie ganz einfach mitnehmen und sind damit stromunabhängig, egal wo Sie sind. Man kennt ja Generatoren, die machen einen Höllenlärm. Die brauchen Benzin. Die darf man nicht drinnen betreiben. Das hier nicht. Das laden Sie einmal und dann steht Ihnen der ganze Strom hier zur Verfügung. Eine unglaubliche Menge an Strom, die wir hier auch drin haben, mit über zwei Kilowattstunden. Und hier ist richtig viel Leistung drin. Wir können hier Geräte bis zu 2200 Watt anschließen. Was sind 2200 Watt? Ich habe bei mir, glaube ich, nichts im Haushalt, was so viel Strom braucht. Was braucht bei euch viel Strom, Diana? Ein Haartrockner zum Beispiel. Ein Haartrockner zum Beispiel. Ich dachte auch, zum Beispiel Spielkonsole, auch wenn Kinder zu Hause sind. Aber ich glaube auch, das reicht schon in Küche. Zum Beispiel, wenn du bei Küche möchtest, was anschließen. Das kann Wasserkocher sein, Mixer, Mikrowelle. Das wird schon alles passen in diese 2000. Das ist ein Energieverbraucher. Können Sie jetzt mobil betreiben? Licht. Das Ganze hier in diesem Kofferformat. Ich habe da unten mal einen Haartrockner hingelegt, Diana. Von unserer Maske auch. Von unserer Maske. Alles kommt von unserer Maske. Und das wollte ich Ihnen mal demonstrieren. Das ist ein ganz großer Energieverbraucher. Hier 2000. Genau 2000. Ja, genau 2000 Watt. Und schauen Sie mal. Den kann ich jetzt ohne Steckdose betreiben. Die trage ich einfach mit. Das ist irre, ne? Hier können wir übrigens sehen, wie viel Strom gerade entnommen wird. Wir haben hier noch ein ganzes Management-System dahinter. Hier können wir sehen, wie viel Strom entnommen wird. Wendet es nochmal an. Mach es nochmal kurz an. Dann würden wir uns mal interessieren. Jo. Fast 2000 Watt. Gerade diese Heizgeräte sind ja, also jetzt ein Haartrockner heizt natürlich, aber auch mal so ein Heizlüfter oder sowas. Das sind Heizgeräte, die brauchen sehr viel Strom. Das kann ich jetzt mobil betreiben. Ich bin nicht mehr Steckdosen gebunden. Wenn ich mal bei mir, beim Schrebergarten zum Beispiel, da ist ja in der Regel kein Strom. Jetzt kann ich mich auch im Winter da hinsetzen und nehme einfach einen Heizlüfter mit. Ja, man sieht das hier auch. Wir haben elf Anschlüsse. Ich meine, das ist eine Energieoase, die wir, egal wo wir gerade sind, mit hinnehmen können. Egal, ob wir jetzt in den Schrebergarten wollen oder auf den Campingplatz wollen, ob wir Gartenarbeit verrichten. Und ich meine, Rasenmähen ist definitiv entspannter, wenn man die Steckdose immer bei sich hat und nicht den täglichen oder den immer andauernden Kampf mit dem Rasenmäherkabel hat. Ich meine, das ist hier wirklich eine Powerstation, die einem das Leben erleichtert. Man kann auch einfach den Strom mobil nutzen. Und für mich ist Strom immer immobil, weil Strom ist zu Hause. Strom ist in einem Haus oder in einer Wohnung oder vielleicht noch draußen, wenn man so eine Außensteckdose hat. Aber hiermit habe ich den Strom, egal wo ich ihn brauche. Man kann auch noch Solarpaneele anschließen, wenn man das möchte. Kann man da natürlich auch noch selbst erzeugten Strom nutzen. Und man sieht das hier wirklich. Betriebstemperaturen, minus 10 bis plus 60 Grad. Das ist ein unglaublich beständiger und wetterfester Powerstation. 24,7 Kilo kann man alleine tragen oder man trägt das vielleicht nur zweit. So wie eine gut gefüllte Kiste Getränke. Wie eine gut gefüllte Kiste Getränke. Also das hier ist wirklich auch bei Ihnen ein unglaublich beliebtes Produkt. Deswegen auch hier auf Platz 1. Und es ist auch ein Refurbished-Produkt. Es wurde geprüft und getestet. Wir haben ganz strenge Kontrollen bei den Wareneingängen, wenn wir etwas wieder erhalten. Da wird ganz streng geprüft. Also Sie haben wirklich keinen Nachteil. Nein, Sie haben eher einen Vorteil, weil Sie sparen wirklich bares Geld. Und ich zum Beispiel würde sofort Refurbished kaufen, weil es strengen Kontrollen unterlaufen ist. Und aber vom Preis her so doll reduziert wurde. Ich meine 999,99 Euro ist hier unser TV-Sonderpreis. Und deswegen auch zu Recht auf Platz 1. Und das ist eine Investition, die machen Sie nicht für die nächsten zwei Monate oder für die nächsten zwei Jahre, sondern das ist eine Power Station, die wird Ihnen Jahrzehnte Spaß bringen und vor allem immer mobilen Strom. Und was gibt es Schöneres, als den Strom überall zu haben, wo man ist. Aber ich habe was vom Preis gesagt. Und deswegen gehen wir mal zu Pearl.de und gucken, was Sie wirklich effektiv sparen. Normalerweise bei Pearl.de 1545 Euro. Und das ist doch mal ein unglaublicher Preis. 999,99 Euro zahlen Sie hier bei uns bei Pearl TV in unserem Black Weeks Sale 2024. Also ich meine, wenn Sie knapp 546 Euro sparen, ich meine von den 546 Euro können Sie noch fünf weitere Weihnachtsgeschenke hier bei uns kaufen. Und das ist wirklich mal ein Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, da werden Freude strähen kullern am Weihnachtsabend. Aber es muss ja nicht als Weihnachtsgeschenk gelten, sondern man kann sich damit auch selbst beschenken. Weil selbst beschenken ist immer gut. Dann weiß man nämlich genau, was man bekommt. Und man bekommt nur das, was man haben möchte. Und falls Sie schon länger mit einer Power Station geliebäugelt haben, vor allem mit der hier, dann wüsste ich nicht, wann der bessere Zeitpunkt wäre, als genau jetzt zuzuschlagen. Für 999,99 Euro. Ja, vor allem ist es wahrscheinlich die letzte Chance dafür, weil wir haben den gar nicht mehr, Fabrikneu. Weil es ist absolut ausverkauft. Wir haben nur noch ein paar von diesen Refurbished-Modellen. Deswegen glaube ich auch, dass das hier auf Platz Nummer eins ist. Es ist natürlich ein super praktisches Produkt. Der Strom, der hier rauskommt, ist übrigens genau der gleiche Strom wie aus der Steckdose. Aber es ist halt auch sehr, sehr beliebt gewesen. Deswegen ist es ausverkauft. Sie können sich jetzt noch ein paar von unseren Refurbished-Geräten, man kann auch rund erneuert sagen, das heißt absolut geprüft, getestet wie ein Neugerät, kommt das zu Ihnen. Und das heute eben hier zum TV-Sonderpreis. Unser Platz Nummer eins, unsere Power Station, unsere tragbare Steckdose mit so viel Wumms. Die Bestellnummer hier für unsere Power Station mit so viel Wumms ist die REF 32 158 und die 569. Und denken Sie hier wirklich nochmal dran, ist normalerweise gar nicht mehr bei uns verfügbar als Neugerät, sondern hier wirklich Refurbished. Da haben Sie jetzt noch die letzte Chance und wahrscheinlich wirklich die letzte Chance zuzugreifen. Aber hier auch nochmal, wirklich hier möchte ich den Preis in den Vordergrund rücken. Aber nicht nur von unserem Platz eins, sondern von all den Geräten, von all den Produkten, die wir hier heute vorgestellt haben, steht der Preis im Vordergrund. Sie sparen bares Geld, was Sie dann noch für andere Weihnachtsgeschenke oder Sale-Shopping nutzen können. Und das möchte man doch. Man möchte Geld sparen, aber trotzdem richtig viel für sein Geld bekommen. Und das bekommen Sie hier, also ran ans Bestellen und nutzen Sie den Sale aus.